aber der hier ist beste was ist das super bilder zu enden gab es aus einer quest und der macht was damit dem kannst du schneller bauen die baue ich damit du brauchst schon blöcke in der hand mit raus die tastenbelegung ist ja wieder ganz anders so jetzt nimmst du halt einfach ganz normal die blöcke hier ins inventar stellst dich einmal hier oben hin und guckst auf den boden und dann kannst du mehrere blöcke gleichzeitig setzen ich frage mich noch für was wir den brauchen außer vielleicht dann für die für die space station space station okay ich mache jetzt auch die wird alles zwei gerade sind die standardquests zum abgeben für das solar pendel brauchen wir heavy duty plates für die brauchen wir iridium heißt wir werden mit den raketen fertig ich weiß ja nicht wer jetzt noch alles eine braucht ich auch nicht es sind ja noch nicht alle unter also du hast eine ich habe meine zwei sind unten in der kiste sind vier das müsste eigentlich eine eine müssten wir noch haben bräuchten wir noch okay und dann brauchst du hier noch diese dinge da brauchst du noch insgesamt eins machen weil hier zwei fehlen die sind irgendwie weggepackt ich wollte doch was gucken irgendwo habe ich doch noch ein Ei hier sind noch kompresste platten drinnen falls du brauchst ja ich habe noch welche ich suche aber gerade ein Ei nicht diese Eier und auch nicht das was du denkst was denke ich denn an Eier das war das das war das hä ich hatte doch noch so ein Schleimei wo ist denn das hin hier unten ist es nicht das ist fies oh das ist voll fies ich wollte ein Stinky 2.0 machen du Ärmster oh das ist jetzt wirklich fies jetzt bin ich richtig traurig oder hast du hier irgendwo in einer Kiste drin ohne nö boah mein Arm ist Stinky ernst jetzt wollte ich auf i für Inventar klicken ich muss aufhören Spiele zu spielen ja das steht fest äh äh ich suche das und das so äh die Hose die Hose die Hose die Hose m was das war schleimig schleimisch beiment das ob immer immer nennt Okay, eins oder zwei? Äh, zwei. Warte, ich muss erst meine Gravity Sachen weglegen. Dann habe ich wieder Platz. Eins, zwei. Und das kann ich da erstmal reinschneisen. So, du bist dran schuld, wenn... Oh, das ist ein Epic. Ich hatte einen Hang-Glider drin. Yay. Den werde ich nicht einsetzen. Warum das denn nicht? Ist voll cool und... Und man fliegt vom Server, ich weiß. So, jetzt brauchen wir noch... Ich habe so einen komischen Stern. Das braucht man auch für was. Ähm... Ähm... Genau. Du sagst es. Genau. Was auch immer ich gesagt habe. Scheiße, ich brauchte den Stern für irgendwas, aber für was? Ich brauch Saphir, äh... Du auch? Nein. Dann... 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 Dann weiß ich auch nicht. Dann tut's mir leid. Dann... noch... In vier Hochzeit... Erster Stern ist raus. Zweiter Stern ist raus. Hehehehe. ieju... Ich bin so langsam Ja Äpfel Oh mein Gott Oh mein Gott nein nein Was willst du hier? Ich denke erst 20 Uhr Ja was weiß ich Genau Was? Ja ich hab kein Hunger mehr Dann machst du was falsch Ich brauchte für irgendeine verkackte Quest Diesen eigenen Stern Ich brauch Urlaub Nicht nur du Nein Äh 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 Und was macht das Schönes? Wir sind grad mitten in der Aufnahme Ja Hallo Zuschauer Und so ne Das kommt aber nicht so begeistert rüber Nee Nee Äh 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 Ach ist egal Das ist Stargate Deswegen gibt es dort einen Schlüssel Tilebox ich hab doch mal gesagt Ich brauch diesen einen Stern aus der einen Quest Oh Gott Du fängst an zu lecken Oh Gott du fängst an zu lecken Da startet bestimmt grad jemand das Modpack Okay Discord schlechte Verbindung Gute Verbindung Hm Das heißt wir brauchen nur noch eine Rakete Ja Okay Leute Leute Ja Ja Äh Hörte mich flüssig Jep Ja So wie Du wirst dich voll besoffen Oder doch nicht Egal Ne Äh Tybox Weißt du noch für welche Quest ich diesen komischen Stern brauchte? Absolut gar nicht Nein Toll Weil ich find auch keine Quest mehr äh wo ich den Stern benötige Oh Gott ich hab leider keinen Michaels mehr gespielt Und die doch Ich brauch Saphire Ich brauch Saphire Ich brauch Saphire Bekomm ich aus Catvinium Haben wir Katzen da? Was Was Catvinium Bekomm ich aus Feuer Feuer bekomm ich aus Gar nichts Ich will kein Nuclear Aqua Ich möchte Was Was möchte ich denn? Was Was Ja was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Wir wollten den nächsten Planeten besuchen Melvin ist soweit mit den Raketen Oh geil Geil Juhu Äh Melvin hast du zufällig gerade hier Blaze Powder eingesammelt? Ja ja Woll ich grad hier anordne? Du standest direkt dort wo es ist Achso Ich will mal was gucken ob ich dieses Catvinium hier raus bekomme Oh nein Nein Ne bekomm ich irgendwas Häufglig Ich hab auch ein Schlammungsverseuchtes raus Ich hab auch ein Schlammungsverseuchtes raus Oh nein Mann Mann Ähm Äh 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 Wo ist das verseuchte hin? Oik Ja Da hinten stehen immer noch unsere zwei Dinger da Ich weiß Aber ich such die ganze Zeit mein Schleim den ich hatte Ich hatte doch mal Äh Du hast ja in der Ehenfolge meine ganzen Slimes gekillt Ich? Ja Weil du mich angegriffen hast und dann haben die dich gehittet Ähm Ich hatte aber noch einen Schleim, also so ein Slime-Ei übrig Okay Ich find das einfach nicht mehr Äh Was mach ich hier eigentlich gerade? Das frage ich mich auch Ich weiß noch nicht mal was das ist Ähm Willst du die Standard-Antwort hören? Ich Frag Sissi Hehehehe Äh Apropos Frag Sissi Ich wollte ja noch was sortieren du Ach stimmt ja Da ist ja noch was Hehehehe Oh ne Oh ne Oh ne Och ne Was hast du noch schon wieder alles durcheinander geworfen? Ne Ich äh Aber Tyrox Haha Nein Kann ich die eigentlich klein machen? Na ich möchte auch keine Kohle Hehehehe Nein Obwohl Geht schon wieder so los wie das letzte Mal, hä? Eik Ja Eik Ja Eik Eik Tyrox Ich brauch Urlaub Tyrox, nicht nur du Eik 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 Ich wollte eigentlich die Space Station bauen Besonders Warum ist da Warum ist da Wasser drin? Ah ich bekomm Äh Weil es da unten ne Wasserquelle gibt Nein Ich möchte hier in der Kisse da Ja Ja Ich äh Ach Eik weißt du Ja Ja Immer sprech dich aus mi Jungen Du machst den Arm ganz fertig Nein Der macht sich alleine fertig Oh mein Gott Aua Der schlick mich Ey Ey Das sieht voll schwul aus Tut mir leid Nein Spaß Das ist mein Schlafanzug Ah ich hab hier noch ne Schnitzelbrötchen Lecker In der Aufnahme Mach dir nichts draus Es gab jemanden Der hat in der Aufnahme Chips gegessen Richtig schön vom Mikro Ja Ja Das war Eik Nein Ich bin der der den Kaffee schlurrt Gesundheit Ähm Äh Ich 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 weiß einfach nicht für was ich diesen verkackten Stern brauchte So Eik Tyrox Wenn es nicht mal fertig ist Wenn es nicht mal fertig ist Ne Weißt du was ich denn dazu sage Du hast mich lieb Ne Ja Ja Ich flieg jetzt einfach mal hoch damit ich in der Folge noch was produktives mache und baue schnell die Space Station Ich brauche vorher Luft Mach einfach Ach hier stimmt Nein ich möchte nicht Plutonium aus Was hast du was Was habt ihr im Dekomposser reingemacht Vielleicht Glutonium ist radioaktiv Gekocht Ne warte mal Ich hab ähm 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 Gunpowder reingeschmissen Zwei Stück Das war auf einmal weg Und dann hab ich gekochte Kartoffeln reingemacht Glutonium ist radioaktiv Ich weiß Du musst dir in so eine chest machen Ich weiß Ich hab's aber trotzdem dort reingemacht Eik Ich hör dich nicht die Rakete ist zu laut Nein Also Was? Ich hör nur Ja Schlechte Verbindungen gerade im Weltall Ich mich auch Und? Wer läuft? Ne Nix Nix Ich wüsste nicht So alles ist fein Jetzt ist alles fertig Sicher? Jetzt kann ich alles spülen Al 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 Ich habe doch Aluminium im Inventar. Weil, weil, also, ähm, Melvin? Ja? Stell dich mal bitte ein, nur kurz hierhin. Ich komme einfach mal ganz kurz zurück zum Mond. Was passiert jetzt? Bleib, bleib. Einfach nur kurz dahin stehen, damit ich weiß, wo dein Name ist. Bin ich ohne dir? Ja. Gut. Jetzt kannst du auch wieder weg. Boah, wie liebensgewürzig. Mike? Ja, Tyrox? Einfach nein. Und was ist, wenn doch? Immer noch nein. Warum habe ich jetzt... Ey! Und was ist, wenn doch? Ich muss das hier alles nur kurz sortieren, ja? Sortieren, das fliegt alles nach oben. Ja, ich weiß, das ist halt, das hat ein bisschen Fehl. Ich fliege alles da... Ach, schon zurück? Ja, ich habe irgendwie das falsche Aluminium im Inventar. Das akzeptiert er nicht. Und so? Ah, nee, scheiße. Auch und aus dem X-Nihilo Aluminium kann ich nicht mal einen Block machen. Haben wir noch anderes Aluminium hier? Nein. Dann können wir keine Space Station bauen. Ich kann nicht mal Nuggets aus dem Aluminium-Inget von X-Nihilo machen. Jetzt keine Space Station. Ich kann keine Space Station bauen, weil ich... Warte, ich kann es dir gleich sagen. Aluminium von Galacticraft brauche. No! Und ich weiß nicht, wie ich das bekomme. Ike, nicht wundern, das wird jetzt erstmal ein bisschen kaulischer aussehen. Aber danach ist alles nach Farben geordnet. Und ich weiß, wie der Kack aussieht. Tidox, du hast doch Aluminium gesammelt auf dem Mars? Bestimmt. Wieso wird denn das Fragment Carbon hier nicht gebrannt? Wieso macht man Carbon in den Furnace rein? Also Tidox, du hast definitiv kein Aluminium vom Dings mitgebracht. Überlasse mich nicht so. Ich bin gerade richtig überfordert. Ja, nicht nur du. Mann, wo ist der Kack? Was suchst du denn? Ah, da ist er. Geh mal kurz. Ja, ist es. Ich habe hier irgendein V im Inventar. Ja, ist es alles. Alter, wie viel? Warte, warte, warte. V ist dort. Hi. Was ist gekommen? Ein würdestes Kassi hier. Ja. Na, oh. Ich kriege ich. Ja, bitte. Nein. Also, ja. Nee. Also, doch. Warte mal. Na, was denn jetzt? Das weiß ich auch nicht. Also, ich muss an die Werkbank. Also, ja. Ich brauche Aluminium. Dann, dann. Keine Sorge. Kann man das nicht mit Meinschirm herstellen? Ja, kann man auch. Al. Wo haben wir ein Al? Na, selben. Und, 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 und. Oh, leil. Das reicht doch niemals für 16 Stück. Mein Internet ist aber doch richtig kacke. Nee, äh, Discord spinnt momentan sowieso rum. Das ist bei mir grad rot. Warum? Bei mir ist es auch grad nicht sonderlich. Lumbum. Lie. Ähm, na, also, ähm. Man kriegt halt nur das Ex-Nihilo-Aluminium raus. Warum? Keine Ahnung. Man kriegt es, äh, von Galacticraft nicht raus. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt so Mars fliege und Aluminium-Erz sammle, ob dann das normale, weil man, du hast... Das kann man doch noch, das, das kann man doch noch nachgucken, Mars. Müssen wir einfach... Ja, nee, ich bin ja grad nicht hier bei den Rezepten, aber du hast das doch schon gesammelt und durchgebrannt und da kam das von Ex-Nihilo raus. Das heißt, da ist nichts mit Space Station bauen. Ähm, das war irgendwo... Das war so ein... Du hast sie ja schon durchgebrannt, das weiß ich. Ich hab die ja hier alle rausgenommen, die Ärzte. Ja, gut, stimmt. Ich bin überhaupt... Ja, ich hab dich auch lieb. Ja. Ich mich nicht. Gerade. Ja, warum? Tirehawks, nimm's nicht so tragisch. Andern geht's schlechter. Zum Beispiel Cassie, siehst du einen Zwerg aus dem Osten, also... Eeeeh... Der Ossi kommt. Ey, ich komm auch aus dem Osten. Es tut mir leid. Das war's. Ich hab keine Angst. Untertitelung des ZDF, 2020